So Leute, jetzt sind sie noch mal weiter unten. Kommt, wir pürschen uns mal ein bisschen ran. Jetzt machen die ja noch Geräusche, ne? Die Zygis kommen dazu. Tolle Leute seid ihr. Ganz klasse. Wimmi, Wimmi, nur gucken, bitte. Dankeschön. Hallo, tolle Gang. Jetzt noch mal richtig von Dichten. Kleidimaus, aufregend, ne? Aber du machst das ganz toll. Sehr schön, bin sehr stolz auf euch. Ihr wolltet nicht gucken kommen? Nein? Na gut. So, gut, wir gehen wieder ein bisschen weiter. Aufregend, Jerry. Ja, jetzt sind die ganz schön dicht, ne? Wie viel seid ihr denn eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Die sind mehr als wir. Die sind in der Überzahl. Super. Ganz klasse jetzt gemacht. Sehr schön. Prima, prima. Töffchen! Du auch nicht gucken? Komm mal her. Ja. Ja, wollt's denn? Komm. Super. Komm mal hier ran. Hier kannst du durchgucken, Toffi. Hm? Komm mal her. Aber von da kannst du gleich auch schon sehen. Macht ihr toll. Da kommt die Jule jetzt doch mal gucken, ja? Lilly? Willst du nicht gucken? Hey Lilly? Du willst nicht noch mal durchs nasse Gras, ne? Hm? Kann ich verstehen. Meine Füße merken es auch. Gut. So. Rühbiletten da oben. Sehr schön, dass ihr jetzt nochmal so dicht gekommen seid. Wir sagen jetzt auch mal Tschüss für heute. Wir fahren jetzt wieder. Ja. Wir sehen uns nächste Woche. Wahrscheinlich, wenn ihr wieder rauskommt. Okay. Bis dann, ihr Süßen. Tschüss. Gut. Fein gemacht, fein gemacht, fein gemacht. Alle wieder weiter.